Aktuell ist eine heiß entbrannte Diskussion, welcher Drucker denn der bessere und einstiegsfreundlichere Drucker ist. Der Bambu Lab oder die Drucker von Prusa. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mich für den Prusa entschieden. Und da habe ich auch schon meine Meinung dazu kundgetan in einem Video, wo ich sehr, sehr viel bösen Gegenwind von euch bekommen habe. Das soll natürlich keine Abwertung gegenüber dem Bambu Lab X1 sein oder sowas in der Richtung. Sondern ich sage mir ganz einfach, ich habe mich hier für den Prusa entschieden, weil ich einmal Geld investieren wollte. Und das hat sich auch wirklich, finde ich, gelohnt. Und warum das so ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von MakoRamma.de. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Der Prusa MK4 kommt, wie er jetzt hier ist, erstmal als ich ihn vorbestellt hatte, komplett assembled. Und ich hatte ihn einen Tag nach Release der Preorders quasi geordert und habe ihn dann natürlich ein paar Monate später bekommen. Das hat dann eine Weile gedauert. Und seitdem habe ich ihn aber auch quasi, naja, so oft wie ich im Studio bin, immer 24-7 im Einsatz. Der läuft also wirklich Tag und Nacht durch. Ihr seht jetzt hier schon mal, sind ein paar Teile drauf, die ich jetzt für den Voron Zero gedruckt habe. Aber erstmal, womit kommt denn der Drucker überhaupt? Nun, wie wir es so üblich kennen, ich zeige es euch mal natürlich mit dem Prusa-Testbericht soweit. Dann natürlich einer wunderschönen Anleitung, wo einiges drinsteht, auch wie man das Ganze entsprechend richtig sliced für den Drucker und, 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 wie man den Drucker einrichtet. Das ist nämlich eigentlich ziemlich einfach gemacht. Dann natürlich nochmal ein paar Prusa-Stickers und nochmal hier ein Dankeschreiben dafür, dass man den MK4 gekauft hat. Finde ich ganz cool. Auch hier nochmal mit dem Factsheet, was denn alles an Materialien im Prusa verbaut ist. Natürlich nochmal die obligatorischen Zangen, also hier einmal die Spitzzange und einmal hier die Knipp-Backs. Den Link zu dem Gridfinity-Bin hier packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Finde ich sehr praktisch, weil ich habe davon jetzt mehrere gedruckt, weil ich natürlich schon mehrere Prusa-Drucker habe und die dann einfach übereinander stecken kann. Von diesen Zangen habe ich mittlerweile sehr, sehr viele. Und dann die Gummibärchen, beziehungsweise in meinem Fall das Gummibärchen, weil, wie ihr sehen könnt, durch die Hitze, nicht weil ich das jetzt so lange da habe liegen lassen, nein, sondern das kam wirklich schon so entsprechend in einer großen Masse hier an. Wahrscheinlich, weil es unterwegs zu oft warm und wieder kalt geworden ist und dann verschmolzen ist. Das heißt also, die lasse ich mal schön in die Tonne wandern, die sind mit Sicherheit nicht mehr gut. Aber sei es drum, ich versuche momentan sowieso ein bisschen abzunehmen, weil die Vampie hier muss weg und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das nicht essen muss. Spaß beiseite. Das Ganze lässt sich auch super einfach und super schnell einrichten, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich mit einem kleinen Wizard-Guide, der einfach mal testet, das kennen wir halt, den Self-Test einmal durchführt und dann sagt, okay, lade doch einmal Filament und entsorg das doch einmal bitte. Schraub doch hier vorne mal ein bisschen wieder auf und wieder fest, damit man den Next-Tool da entsprechend einstellen kann. Und dann ist die Einrichtung auch schon soweit abgeschlossen. Das dauert ein paar Minuten, dann ist man durch und dann kann man das Ganze an Strom anschließen und wenn man möchte, an Netzwerk oder wie ich zum Beispiel mal an USB und über den USB-Port dann entsprechend an einen Raspberry Pi mit OctoPrint. So nutze ich den Drucker. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, warum ich OctoPrint nutze und nicht die Web-Oberfläche, die der Drucker mit sich bringt. Dann kommen wir zu dem Lieblingsthema bei diesem Drucker. Und da muss ich echt sagen, das finde ich am MK4 wirklich eine Wohltat, dass man einfach das Druckbett runter nimmt, ein anderes Druckbett drauf packt, was weiß ich, in Powder-Code oder aber auch eins von OSEC, was man dann entsprechend mit einem Setting-Code hat. Und der Drucker levelt sich quasi von selbst. Das heißt also, der ist so gut eingestellt, dass er entsprechend eigentlich, naja, keine Konfiguration mehr braucht, sondern man packt das Ding auf, stellt es hin und er druckt. Und ich habe ihn bei mir natürlich ins Ultra-Enclosure neben den Mini gestellt und da tut er mittlerweile seine Dienste und druckt wirklich eine Sache nach der anderen. Und ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch nicht einen einzigen Fehldruck gehabt, außer ich bin so deppert und kriege es natürlich nicht hin, weil ich vergessen habe, natürlich entsprechend Support zu bauen oder dass ich das Ding halt falsch auf der Druckfläche platziert habe. Dann kann es natürlich passieren, dass der ein oder andere Druck fehlschlägt oder dass ich sonst irgendeine Konfiguration nicht richtig habe. Aber ansonsten, selbst die ABS-Teile hier mit dem 3D-Fuel Workday-ABS funktionieren wirklich wunderprächtig. Hier habe ich mir jetzt zum Beispiel mal für die LED-Leisten entsprechend im Voron Zero ein paar Halterungen gedruckt. Und das Ganze habe ich natürlich auch noch mit ein paar anderen Teilen gemacht, die mir unterwegs kaputt gegangen sind oder wo ich gemerkt habe, ah, da muss ich nochmal was anpassen. Oder wo ich noch gerade dabei bin, den Netzwerkanschluss vom Voron Zero quasi unten nochmal in die Schürze einzubauen, dass das Ganze auch ordentlich ist. Das drucke ich alles auf dem MK4, weil ich weiß, da schmeiße ich drauf. Ich komme ein, zwei Stunden später wieder und das ist wirklich wie geleckt gedruckt. Und da sind wir dann auch schon mal gleich bei dem Thema Druckbeispiele. Also hier das, ich blende euch nochmal ein bisschen B-Roll ein. Auch vom Voron Zero blende ich euch nochmal ein bisschen B-Roll ein. Das sieht, finde ich, einfach aus wie geleckt. Da muss man sich nicht schämen. Das ist wirklich eine Druckqualität, die sich sehen lassen kann. Ich habe natürlich auch nochmal einen Master Chief gedruckt. Und aktuell drücke ich auch noch das Omni-Shelf, was auch bald im Video kommen wird. Also wer das nicht verpassen möchte, gerne den Kanal abonnieren. Das Omni-Shelf ist ein 3D gedrucktes Wandregal, in dem man seine Figuren, seine Tabletops oder aber auch, was weiß ich, seine Sammlerstücke entsprechend ausstellen kann. Da braucht man dann ein paar Plexiglasplatten für und ansonsten druckt man das Teil komplett selbst. Und das finde ich natürlich schon mal ein spannendes Projekt. Wie gesagt, da wird es auch bald ein Video drüber geben. Das Projekt habe ich auf Kickstarter unterstützt. Ist echt ein schönes Projekt geworden. Und da bin ich gerade die letzten Teile am Drucken. Und ansonsten muss ich sagen, das Druckbild kann sich wirklich sehen lassen. Also ich habe jetzt hier keine Menge in irgendeiner Art und Weise, die ich jetzt wirklich großartig hier hervorheben muss. Die Druckqualität ist wirklich einmalig, so wie ich das eigentlich erwarte und das auch wirklich von Werk ab. Also ich habe den hingestellt und habe den bei meinen Eltern sogar noch, als wir unterwegs waren, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte den Drucker eigentlich jetzt momentan erstmal nicht nutzen, bis ich das Video gedreht habe. Und ich habe ihn hingestellt und habe gesagt, okay, ich brauche aber was, was ich gerade drucken muss. Und das ist der einzigste Drucker, den ich dabei habe, den ich einfach hinstellen kann. Und habe den hingestellt, Material draufgepackt und 10 Minuten später war das Teil, was ich gebraucht habe, gedruckt. Und das in der Qualität, wie ich es sonst wahrscheinlich so nicht einfach mal hinbekomme bei einem ganz normalen Drucker, weil ich den erstmal noch einstellen muss und hast du nicht gesehen. Und das ist schon echt bemerkenswert, wo ich sagen muss, ja, das gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen ist das Ganze natürlich auch freundlich für die Benutzer, dass die dann sagen, okay, ich möchte ein Gerät haben, was ich einfach wirklich hinstelle, wo ich einfach nur Sachen für mich drucke, die ich im Haushalt brauche oder die ich vielleicht für die Schule oder für die Uni oder für die Arbeit irgendwie brauche. Und ich brauche mir da gar keinen Kopf drum machen und ich kann das Ding sogar zur Not direkt über Netzwerk betreiben. Und das kann das Ding natürlich. Die Web-Oberfläche hier von dem Prusa, des Prusa-Print, entsprechend ist, naja, sag ich mal rudimentär momentan. Das ist ähnlich gehalten wie das vom Prusa Mini. Das fand ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen enttäuschend, weil ich ganz einfach mir erhofft hatte, dass da ein paar Funktionen mehr dabei sind. Im Prinzip funktioniert das Ganze so, dass man den mitgelieferten USB-Stick hier vorne in die Seite steckt. Der ist ziemlich langsam, das ist das, was ich bei Prusa eigentlich immer kritisiere, weil wenn ich die Teile bei mir in den Computer einstecke und wieder rausziehen möchte, dann dauert es ewig, bis ich die Teile ordentlich ausgeworfen habe. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und genau so langsam ist natürlich auch die Schreibgeschwindigkeit, wenn man das Teil hier auf der Seite drinstecken hat. Und das hat mich schon dann am Anfang relativ schnell genervt, dass ich gesagt habe, okay, ich steige um auf Octo-Print, vor allen Dingen, weil ich es dann auch in Octo Everywhere mit reinnehmen kann und dann den Drucker auch im Discord, meinen Patreon bereitstellen kann. Und so nutze ich den Drucker eigentlich die komplette Zeit. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht fertig eingestellt bekommen habe, kann aber auch sein, dass ich einfach noch nicht die Zeit dazu hatte, um das wirklich intensiv einzustellen, ist Octolabs. Bei allen anderen Druckern habe ich Octolabs einfach eingerichtet, oder was heißt einfach eingerichtet, einfach installiert, aktiviert und schon ging das Ganze. Beim MK4, der Drucker ist halt noch nicht in Octolabs verfügbar gewesen, als ich das Ganze angefangen habe zu testen. Und da hatte ich dann immer das Phänomen, dass dann nach drei, vier Schichten der Drucker auf einmal abgebrochen wurde, weil Octolabs natürlich dann gesagt hat, okay, da passiert irgendwas, was ich nicht kenne und dann breche ich den Druck lieber ab. Das finde ich ein bisschen schade, aber das tut dem Ganzen keinen Abriss. Ansonsten funktioniert bei mir Octo-Print wirklich Plug and Play. Ich habe den Drucker angestöpselt, ich habe ihn eingerichtet wie ein MK3, also von den Proportionen allem Drum und Dran her und konnte direkt wirklich noch am gleichen Tag losdrucken und das ist eigentlich so, wie ich es eigentlich haben möchte. Die Firmware habe ich auch schon im Livestream mit euch quasi live getestet. Also wir haben die Beta-Firmware damals aufgespielt, mittlerweile ist ja quasi Release Candidate 1 oder wie es heißt, die 5.0.0, wo dann Input Shaper und andere Sachen noch mit drin sind. Die habe ich natürlich auch mit euch im Livestream ausgetestet und habe dann mal die 12 Minuten und die 27 Minuten Benchy gedruckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Druckergebnisse können sich wirklich sehen lassen. Auch die 12 Minuten Benchy, ich weiß, verurteilt mich dafür nicht. Ich weiß, man kann das nicht wirklich vergleichen mit der Speedboat Challenge bei anderen Druckern. Aber die 12 Minuten Benchy, das ist halt eine Benchy im Race-Mode gedruckt. Das ist halt nicht wirklich jetzt, wie heißt das, wettbewerbsfähig oder so in Richtung. Das ist einfach so geguckt, dass man es irgendwie so schnell wie möglich gedruckt bekommt. Aber es ist halt schon beeindruckend, welche Qualität denn da noch bei rauskommt im Vergleich zu anderen Druckern, die ich habe. Wenn ich das genauso drucken würde, würde es wahrscheinlich deutlich schlechter aussehen. Beziehungsweise ich müsste wahrscheinlich noch einiges an den Druckern nochmal optimieren, damit die Qualität deutlich besser werden würde. Oder auf das Level kommen würde. Vergleichbar ist das Ganze natürlich nicht mit einer Benchy, die den Speedboat-Regeln anspricht. Weil das wäre natürlich Äpfel mit Birnen verglichen, weil dort natürlich ganz andere Regeln herrschen. Von daher ist das so ein bisschen, naja, mit einem Zwinkern zu betrachten. Deswegen nimmt mich dafür nicht in den Kommentaren auseinander. Das ist nämlich kein fairer Vergleich. Ein fairerer Vergleich wäre wirklich die 27 Minuten Benchy und das ist schon ordentlich, dass er da entsprechend so schnell arbeiten kann. Dafür gibt es Modelle. Ich packe euch die Links unten in die Videobeschreibung, auch für die Beta bzw. für den Release-Candidate. Dass ihr das Ganze bei euch, selbst mal wenn ihr ein MK4 habt, ausprobieren könnt. Um das Ganze zu installieren, müsst ihr einfach nur die Firmware draufpacken. Und müsst dann entsprechend hier den USB-Stick in den Drucker hier an der Seite einstecken. Und dann beim Starten einfach sagen, ja okay, ich möchte es flashen. Wenn ihr das Ganze zurückrollen wollt, so wie ich jetzt hier. Dass ihr sagt, okay, das mit der Beta ist mir doch ein bisschen zu instabil oder sowas in Richtung. Oder ich wollte es jetzt einfach nur mal für die Benchy ausprobieren. Dann könnt ihr natürlich hingegen eine alte Firmware draufpacken auf den USB-Stick. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass die andere Firmware nicht noch drauf ist. Und dann müsst ihr hier einmal beim Starten zweimal auf den Knopf drücken. Und dann werdet ihr auch gefragt, hey, möchtest du die veraltete Firmware installieren? Und dann sagt ihr einfach nur, ja, möchte ich. Und dann könnt ihr das Ganze natürlich wie gewohnt nochmal komplett neu einrichten und installieren. So als wenn nie eine Beta drauf gewesen wäre. Und dann könnt ihr das Teil auch ganz normal weiter nutzen. Zum Thema Wartung. Und da gab es ja in Bezug auf den Bambulab X1 das ein oder andere Kommentar, wo ich wirklich virtuell so eine Urfeige bekommen habe. Dafür, dass ich mich angemaßt habe, entsprechend den Bambulab zu kritisieren. Und ja, ich sage es einfach so. Das ist auch die Meinung von anderen, die ich mittlerweile bekommen habe. Gerade hier bei uns im Laden um die Ecke, wo ich mir ein paar Sachen von BigTreeTech noch gekauft habe. Hätte auch gesagt gehabt, ja, die Wartung beim X1 ist halt noch ein Ticken schwerer, weil man dafür einfach Werkzeug braucht. Und ich zeige euch jetzt mal ganz einfach, wie das beim MK4 funktioniert. Ich nehme das Hotend hier rüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Düse austauschen möchte, blub, habe ich hier zwei Rädchen. Die drehe ich einfach. Der ist noch warm, weil ich gerade ABS gedruckt habe. Und schon kann ich quasi hier das Hotend unten rausnehmen. Heiß. Ja, kann hier das Hotend quasi schon rausnehmen. Ich muss hier oben nochmal entsprechend natürlich das Ganze abklemmen. Und kann dann nochmal sagen, okay, ich schraube das Ganze fest. Das heißt, das dauert ein paar Sekunden und schon ist das Ganze erledigt. Und das ist genau das, was ich haben möchte. Und das kann der X1 einfach nicht. Das spart mir Zeit. Ich brauche nicht unbedingt Werkzeug suchen zu gehen oder Werkzeug mitzubringen, sondern kann das Ganze mit zwei Fingern machen und fertig. Und brauche dafür nicht noch irgendein Werkzeug und kann den Drucker dann direkt weiter nutzen. Und das finde ich schon ziemlich cool. Was ich auch cool finde, ist die Art und Weise, wie die Düse aussieht. Nämlich wie eine Revo 6 Düse. Und die ist komplett von da unten bis hier oben durch. Es gibt auch Adapter, wo man eine ganz normale V6 Düse quasi draufpacken kann. Die gibt es auch zu kaufen. Das Wichtige ist aber, dass man im Prinzip die Heatbreak und die Düse in einem Stück hat. Dass es quasi richtig schön durchgehend ist. Und dass man da auch dann eine ordentliche Heizwirkung hat. Und dass das Ganze auch wirklich ordentlich funktioniert. Und das merkt man dem Drucker wirklich an. Muss ich einfach sagen, das ist genial gemacht. Und ich habe bis jetzt noch wirklich selten out of the box so einen Drucker erlebt, der so gut funktioniert hat. Und es gab ja auch mal anfangs noch die Bedenken, dass beim PEI-Sheet, was jetzt hier noch drauf ist, wenn die Düse das Auto-Leveling macht, sich hier irgendwo so ein kleiner Macken einbrennt. Quasi bei den ersten Leuten, die den Drucker erhalten haben. Das habe ich mittlerweile nicht mehr. Das haben sie, glaube ich, durch ein Firmware-Update entsprechend behoben. Und da muss ich sagen, das gefällt mir natürlich auch ganz gut. In Bezug auf das Auto-Bed-Leveling möchte ich nochmal ganz kurz einen kleinen Hinweis geben. Es gab am Anfang mit der ersten Firmware das Problem, dass er sich gerade hier beim PEI-Sheet so richtig schön in das PEI-Sheet reingebrannt hat. Das passiert jetzt hier nicht mehr. Da haben sie anscheinend mit einem Firmware-Update nachgeholfen. Man sieht hier ab und zu noch die Druckstellen entsprechend auf dem Druckbett. Gerade wenn hier nochmal so ein Magico oder sowas drauf ist, dann sieht man, ah, okay, da war die Nozzle. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil das genau außerhalb von dem Druckbereich, von dem Druckbett ist. Von daher finde ich das ziemlich genial. Von der Lautstärke her kann ich nur sagen, er ist so laut wie ein MK3 oder wie ein Mini. Also er ist nicht über-exorbitant laut und auch nicht wirklich leise. Er ist, soweit ich das mitbekommen habe, deutlich leiser als ein BambuLab X1. Mir fällt es persönlich gar nicht auf. Also wenn ich in den hinten im Ultra-Enclosure drin stehen habe und die Tür vorne zu habe, dann ist davon nichts zu hören. Ich habe auch teilweise während den Streams oder während ich hier entsprechend ein Video gedreht habe, den MK4 hinten im Enclosure laufen lassen und ich habe davon absolut nichts mitbekommen. Dass da irgendwas gerappelt oder gepiepst oder sonst was hat. Ich muss schon wirklich nah rangehen, dass ich irgendwas höre. Und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Dass ich wirklich einen Drucker habe, den ich Tag und Nacht quasi laufen lassen kann, ohne dass ich davon gestört werde. Weder vom Geräuschpegel noch von sonst irgendwas in der Richtung. Und es ist wirklich ein gut durchdachter Drucker, der eine Weiterentwicklung vom MK3 ist. Ich weiß, das Thema mit den Upgrades zum Beispiel mal, die es gibt. Ja, dann gibt es Leute, die sagen, okay, das Upgrade vom MK3 auf den MK4 ist ja schon recht teuer. Und dann kann man ja am besten eher den MK3 verkaufen und sich den kompletten MK4 holen. Ja, durchaus. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, sie möchten nur einen Teil vom Drucker upgraden. Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Und dann macht es natürlich auch schon Sinn, dass man sagt, okay, wenn man nicht das komplette Upgrade durchführen möchte, das ist dann natürlich auch, naja, dass man dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, man tauscht einzelne Teile aus. Ich denke mal später, wenn jetzt der erste Schwall an Druckern weg ist und man die Ersatzteile bekommt, kann man da noch weitere Upgrades kaufen. Genau für die MMU. Ich warte zum Beispiel mal bei meiner MMU drauf, dass ich da das Upgrade für 80 Euro auf die MMU3 machen kann. Und das ist natürlich etwas, wo ich quasi, naja, mich drauf freue, dass das bald passieren wird. Und natürlich gibt es auch zum Beispiel mal für die MMU bald hoffentlich das Update. Das heißt also, ich könnte meine MMU2S auf eine MMU3 upgraden. Das ist das, worauf ich spekuliere, dass ich dort die 80 Euro investieren kann, um dann quasi aus meiner MMU nochmal ein bisschen was rauszuholen, um da Multicolor mit rauszudrucken. Ich weiß, es ist bei Weitem nicht so gut wie eine Palette oder eine AMS von Bambu Lab. Aber es ist, denke ich mal, ein schöner Ansatz, dass man sagt, okay, für 80 Euro für ein kleines Geld kann ich das Ganze, was ich habe, upgraden. Und genauso ist es auch gedacht mit den Upgrades für den MK4, dass man sagt, okay, man, was weiß ich, möchte nur das Hotend upgraden, nur den Next Truder haben oder sowas in Richtung, weil man sagt, ansonsten ist man mit seinem MK3 eigentlich ganz zufrieden. Denn, wie ihr wisst, ich habe bei meinem MK4, habe ich ja eben schon erwähnt, Octoprint dran und nutze nicht die Web-Oberfläche. Und das ist ganz einfach dadurch geschuldet, dass ich auf der Web-Oberfläche, wie gesagt, nur Drucke starten kann, Dateien hochladen kann und das Ganze überwachen kann. Jetzt könnte man sagen, okay, Octoprint macht im Prinzip das Gleiche. Ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal betrachte, dass ich Octolabs anschließen kann oder das Ganze in Octo Everywhere einbinden kann und, 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 da habe ich natürlich durch die Plugins viel mehr Möglichkeiten. Genau deswegen habe ich hier auch entsprechend das Octoprint nochmal dran. Das heißt, ich habe mir hier nochmal einen neuen Raspberry Pi konfiguriert, habe mir ein Gehäuse dafür gedruckt und den dann entsprechend mit hinten reingestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so meine favorisierte Konfiguration einfach für alle Prusa-Drucker, die ich habe. Für alles andere habe ich entsprechend Clipper dann für alle anderen Drucker, also für den Voron, für den Ender, bald auch vielleicht für den Ultimaker. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich finde, der MK4 ist eine gelungene Evolution vom MK3. Ich bin richtig zufrieden. Das ist mein Arbeitstier und ich muss sagen, das ist absoluter No-Brainer. Den stellt man hin, der druckt und er macht einfach. Man muss halt nur das Material richtig einstellen und den Druck halt vorher richtig konfigurieren. Aber ansonsten druckt und druckt und druckt und druckt und druckt der. Und der wird auch mit Sicherheit noch ein paar Tausend Stunden ordentlich drucken bei mir, bis ich irgendwann mal überlege, vielleicht nochmal ein Upgrade auf den MK5, sofern der kommt, zu machen. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr der Makorama-Fan mit dir noch nicht gejoint seid. Und vielen lieben Dank natürlich auch an meine Patrionen, die mich mittlerweile zahlreich unterstützen. Und in diesem Sinne, hodlselein, happy printing und ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020